Besuch, also Babysitteln, zwei Jungs, die zu mir kommen und dann war ich faul aufzuräumen. Ich hoffe, es ist hier unsere Nummer. Hallo? Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht genutzt. Hallo? Hallo. Was machst du? Ich bin gerade noch gestanden. Okay. Ich geh jetzt kurz schnell duschen und dann geh ich los. Ja, aber kommst du zu mir erst mal? Ja. Okay. Ich dachte, wir treffen uns vor Schwimmbad. Was ist mit Sascha? Ja, der kommt auch. Wo denn? Ich weiß ja, glaube ich. Weil... Du musst doch meine Sachen bringen. Ja, aber die sind ungewaschen. Egal, ich wasch die. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Hat dir beim Parfüm gefallen? Ja, aber ich hab nicht so oft sie benutzt. Hoffe ich mal für dich. Weißt du was? Ja. Ananas. Deine Hose ist nass. Hä, weißt du was? Ja. Hä, weißt du was gestern passiert ist? Ja. Nix. Nein, ich bin auf TikTok live und einer schreibt hier, sag mal, weißt du was? Ey, kommt mehr aber auch schwimmen. Warum? Was? Warum? Hä, voll kacke, sag mal, sie soll mitkommen. Dora, jetzt gehst du duschen, ja. Warum gehst du jetzt duschen, wenn wir ins Schwimmbad gehen? Willst du mich wirklich komplett veräppeln? Weil ich ein Gel in meinen Haaren. Ja, du gehst doch schwimmen. Dicke, aber ich habe ein paar Gel in meinen Haaren. Ja, dann wasch nur deine Haare. Ich will dir erzählen, eigentlich, ich wollte gar nicht schwimmen gehen. Ich bin ja aber krank, aber ich habe keine Lust, zu Hause zu bleiben. Ich bringe Nala erst mal zum See und dann bringe ich sie nach Hause, dusche und dann gehe ich. Okay, aber ich gehe jetzt nur ein bisschen weg. Hast du das Geld erhalten? Ich habe nicht geguckt, aber ich müsste ja auch richtig. Okay. Okay. Also, soll ich Geld mitnehmen oder du? Mach du, weil ich weiß nicht, ob ich es schaffe, um zu schwank zu gehen und abzuheben. Okay. Aber wir essen dich da. Wir kaufen da nichts. Ich mache mich vielleicht immer, wenn ich da bin. Okay. Mensch, passt aber, kommt Lisa mit? Ja. Ja, wirklich? Ja. Okay, Bombe. Okay, halt, gab ich mir... Ah, Bruder, ich wollte noch was fragen. Ja. Gehst du am Mittwoch zu diesem Sommerfest? Ja. Ich komme mit. Ja, ich komme mit. Von wem? Von dem. Ja, ich komme mit, weil ich will eigentlich nur Herr Kutzkmaß mal sehen, deswegen. Ja. Okay, gar kalt. Hi, Papa. Ich gehe duschen. Ja, tschüssi. Nein. Wegen meiner Arme, ja. Ich weiß nicht, was die Leute mit meinen Armen haben. Das Ding ist... Ey, ich war immer schon so. Also, meine Arme sind immer so. Und viele Leute haben so gesagt, ach, ist du ein Vater, der Boxer ist oder so? Aber nein, also, keine Ahnung, ich bin immer so seit klein und ich bin halt mal ein bisschen so, sag ich mal, so ein bisschen männlich, aber nicht so wie diese Mannsweibes oder so. Ich bin diese... Körperlich, ich kann mich auch mit einem Mann anlegen. Ähm... Ähm...